Das Beste für ihre Tiere. Dafür steht die SEG Tierhaltungsbedarf. Zahlreiche Besucher kommen zum Tag der offenen Tür nach Wertingen. In entspannter Messatmosphäre gibt es alles, was man für eine artgerechte Haltung von Rindern und Schweinen benötigt. Wir haben über 30 Aussteller eingeladen, die mit uns zusammenarbeiten, mit denen wir sehr gute Kontakte haben, um die Landwirte zu informieren, was gibt es Neues, was bietet die SEG alles. Das ist eigentlich so der Grundgedanke, dass die Landwirte mal sehen, wow, das haben die auch noch. Das habe ich gar nicht gewusst. Egal ob Milchviehhalter, Bullenmäster oder Ferkelerzeuger. Bei der SEG werden alle Bauern fündig. Das Angebot reicht von Futter und Desinfektionsmitteln bis zu Hof- und Stallbedarf. Natürlich sehr viel Kälbermilch ist einer unserer größten Produkte. Dann natürlich im Schweinebereich Sauenfutterung, das heißt Ferkelmineral, Sauenmineral und Tragensmineral, aber auch sehr viel Mastmineral für die Mastschweinehalter. Service und Transparenz werden bei der SEG großgeschrieben. Landwirte haben die Möglichkeit, im SEG-Laden die besten Produkte zu erwerben. Aber auch im eigenen Betrieb kann man sich die Expertise zunutze machen. Wir bieten an, eine tolle Beratung, eigene LKWs, die die Fahrer ausliefern, eigene Fahrer, dass wir hier keinen haben, der sich hier nicht auskennt. Gute Beratung im Laden, wenn der Laden dort reinkommt, aber wie gesagt auch Vor-Ort-Beratung von unseren Außendienstmitarbeitern, die eine optimale Futterberatung machen und auch Konzeptberatung machen. Das heißt Konzeptberatung, wir schauen über den Tellerrand hinaus. Das heißt, ist die Lüftung auch okay, ist die Stallhygiene okay, passt die Fütterung allgemein und dann stellen wir die Fütterung so ein, dass er zumindest von der Fütterungsseite alles passt. Wir sind sehr zufrieden, wir sind sehr stolz auf diese hundertprozentige Tochter der Erzeugergemeinschaft. Die Umsatzentwicklung ist die letzten Jahre fast permanent, hat sich permanent verdoppelt. Die SEG will Landwirten helfen, mit besten Produkten und bestmöglicher Beratung. Und das nicht nur in Schwaben. Als Tochterfirma des Tiervermarkters EG Frankenschwaben liefert die SEG ihr Know-how überregional. Und zwar von der Region Bodensee bis nach Nordbayern.